So Leute, da wären wir. Das letzte Mal standen wir beim Kloster. Von da aus an bin ich den ganzen Weg wieder zurück in die Stadt, hab uns ein paar Zauber besorgt und bin jetzt hier nach Arkhills Hof zu der Brücke gegangen, wo jetzt ungefähr sechs Banditen oder sieben sind, die wir allein nicht packen, deswegen hab ich uns ein bisschen Verstärkung geholt. Und zwar nehmen wir hierfür mal den hier. Könnte lustig werden. Okay, jetzt renne ich. Ja, haha, greif an, Mann. Ja, so. Ja, geh doch mal auf den Golem los. Ja, komm, springen alle von der Brücke. Okay, einer ist tot. Geht's weiter. Golem, hau rein! Okay, zwei noch. Hau rein. Ja, nicht in mich, Mann. Okay, einer noch, komm schon. Ja, komm. Pam. So, jetzt darf ich nicht auf den Golem klicken und zerschwindet der. Ja, da ist nichts zu holen. Ja, da ist nichts zu holen. Egal. Da ist nichts zu holen. Seinen Zweck hat er erfüllt. So, jetzt müssen wir die Steintafeln von den Leuten hier aufsammeln. Da ist nichts zu holen. Die brauchen wir ja für den... Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Den brauchen wir ja für den Typen unten. Oh Gott. Hoffentlich ist da keiner untergefallen von den Banditen. Okay, ich geh mal kurz runter. Bis gleich. Okay, letzte Steintafel. Oh Gott, warum fliege ich hier durch die Gegend? So, jetzt können wir die... Oh, Pfeile, 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 Pfeile. Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Oh, halt kein Pfeile. So, jetzt kurz die Steintafeln mal den Typen abgeben. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich geh jetzt heim. Komm mit, wenn du... Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die... Kann ich mir das jetzt schon verkaufen, oder? Warte mal. Zeig mir, ich kann dir... Oh, du musst jetzt hier nach Hause latschen. So, wir gehen jetzt in die Stadt Solaris. Mit dem gehen wir denn durch den Wald und gehen zum Steilmächter. Jo, bis gleich. Okay, Leute. Ich bin verwirrt. Wo zur Hölle ist Laris hin? Ich brauchst du das nicht. Äh... Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ja. Ich gucke mal bei der Toten habe hier, ne? Wenn er da nicht ist, dann... Hat das mal wieder irgendwelche Macken? Hey. Okay, bis gleich. Die Brüder des Ringe. Gut. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen. Und herausfinden, wozu er die Bürger von Korinus gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Laris wird dich zu ihm führen. Möge Adan... Ha. Lustig. Wenn Laris mal hier wäre. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen... Äh... Okay. Das ist schwierig. Erzbronken gibt es irgendwie nur sechs Stück oder so im ganzen Spiel. Daraus kann man später Erzwaffen machen. Die sind derbel heftig. Aber ich glaube, das sind nur Schwerter. Und mit Schwertern kämpfen wir. Aber nicht. Wir kämpfen ja nur mit Degen. Also wir nehmen mal Gewandtheit. Bringt Geschicklichkeit. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Oh man, wieder nur drei? Aber egal. Okay. So, und dieses Mal gehen wir jetzt wirklich zu Toten ab. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. So Leute. Wir sind hier, aber Sie nicht. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, das Storygird, dass er weg ist. Aber nach dem, was ich weiß, glaube ich es eher nicht. Oh Gott. Wahrscheinlich spackt das wieder. Oh Gott. So. Ja. Ich guckte ja mal. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir den Lurker hinkriegen, um zu nieten. Damit wir an die Buddelstelle herankommen. Wir müssen ja noch alles für Greg ausbuddeln. Boah, Mann. So. Speichern. So, das Tolle ist, ich habe jetzt wieder noch ein paar Minuten hier weg eingestellt. Ich habe null Erinnerung, wie lange ich hier spiele. Aber nein. Einfach das Video haben wir jetzt kurz oder zu lang, aber was können wir dann sehen. Look, ahoy, wo ist er, wo ist er? Okay. Das könnte was werden. Sieht gut aus. Ja. Ja, das lief doch gut. So, die Stelle ist hier. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, ein paar Pflanzen. So, da vorne ist schon der Typ. Wir reden mal mit dem. Ja, okay. Super. Vielleicht hat er ja irgendwas zu verkaufen, was man gebräuchern könnte. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich zeige mir deine Ware. Die Aus... Okay. 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 Hier hört es scheiße aus. Ein paar Tränke. Das bringt maximale Energie, aber ich habe zu wenig Geld. Erst mal ein paar Dinge. Den hätte er auch selbst wissen können. Okay. Ein paar Sachen verkaufen. So, jetzt hätten wir genug Geld, aber... Ne, kaufen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da vorne ist ein Steinwächter, den könnte ich befreien. Falls ich den nicht packen, muss ich zu Greg rennen. Der legt ihn kurz in zwei Schlingen um. Greg steht da vorne bei der Kreuzung irgendwo. Hoffe ich. Müsste eigentlich. Ach, der ist auch weg. Bei mir ist ja immer irgendwas weg. So. Heilen, heilen, heilen. Spätschorn. So. Hier sind jetzt irgendwie drei Schalter oder so. Irgendwo an diesen Teilen. Da ist einer. Das zweite, da. Puh, da let's... Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das sieht viel, sieht viel, sieht viel. Go, Bauern. Okay, Bauern, Bauern sind gut. Ah, ja, genau, legt der Bauer den um, immer doch. Okay. Ich glaube, wir rennen lieber zu Greg. Solange er auch noch an der Kreuzung steht. Bitte stehe an der Kreuzung. Warum sehe ich ihn nicht? Ey, das ist doch... Das ist echt scheiße. Okay. Neuer Versuch. Oh, ich bin so blöd. Mann. Okay, Leute. Noch einen Versuch. Und diesmal lasse ich das die bauen. Oh, nur noch mal. Nochmal gehe ich aber nicht drauf. Ja. So, Leute. Oh, nicht mit dem reden, verdammter. Scheiße. Nehmen. Komm, komm. So, Moment, so. So, und damit beende ich diesen... Spiel. Nachdem ich die Toten ausgeraubt habe. Yeah. So, Leute. Ich muss mal gucken, was los ist. Und dann werde ich weiterspielen. Ciao, Leute.